Ich muss gucken, ob es hier aufgeht. Ziehen wir den ran. Gut, so war es nicht geplant. Scheiße. Stein war jetzt nicht geplant. Ich wollte eigentlich alle Gegner ranziehen. Hier mit drauf losgehen. Ich hätte alle drei getroffen. Das wäre ein massiver Schaden gewesen. So war eigentlich mein Plan. Und dann mit Yoshi die Fähigkeit, die wegzuschicken, alle nochmal auf Entfernung rauszuholen. Das war so meine Überlegung. Wenn er jetzt nicht Stein gehabt hätte, wäre es gut gewesen. Stimmt, der könnte dann sterben, ne? Der eine. Das könnte funktionieren. Dann brauche ich nicht die Ulti von... von Yoshi. Oh, sprung auch noch. Perfekt. Aber wenn mein Plan zumindest mein Stein gewesen wäre, dann wäre mein Plan glaube ich ein Tick besser gewesen. Dann hätte ich ein wesentlich mehr Schaden gehabt. Wie viele Gegner soll ich denn erlegen? Sieben. Sieben Gegner soll ich platt machen. Das dürfte jetzt nicht allzu schwer fallen. Die müsste ich zu 100% treffen. Ja. Egal. Ich kann mit Mario noch draußen spüren. Warten, den erledigen. Oder er ist krank. Ich kann ja nicht sehen, wer da spawnen, oder? Doch, kann ich. Oh. So kann ich sehen. Okay. Ein Verteidiger. Okay, das geht noch. Ah, wusste ich auch noch nicht, dass man so gucken kann. Ups. Alles klar. So kann man... Ein Feld. Ein scheiß Feld. Ja, hier in die Stellen drauf schießen und dann stehe ich vor einem Verteidiger wegen schon mal einer guten Sicherheit. Mein Nahkampfangriff verwende ich nicht. Auch wenn er mal schaden gemacht hätte, aber es ist mir zu unsicher. Yoshi steht da gerade ein ganz kleines bisschen falsch. Wenn wir mal ehrlich sind. Der steht gerade ein bisschen beschissen. Alter, Yoshi, du brauchst hier nicht so abzubrillen wie so ein Irrer. Alter, hat der jetzt gebrüllt, ey. Wahnsinn. Aber da kommt er raus. Ein Grobian und zwei Grobianen kommen da raus. Das ist mega schlecht. Grobianen sind immer scheiße. Ja, auch wenn er so ein Irrer ist, braucht er nie wie so ein Irrerschein. Das muss nicht sein. Jetzt würde ich aber überlegen. Das ist eigentlich alles mega scheiße. Ich kann mich zwar hier hinstellen, das ist aber gefährlich. Das wird sau gefährlich. Oh, ich stelle mich hier in den Arsch. Das ist gar nicht gut. Ich gehe in die Röhre. Am Arsch der Welt wahrscheinlich raus. Guck mal. Da muss ich einfach mit der Schuhe kurz gucken. Ja, die kommt am Arsch der Welt raus. Wo ich gar nicht hin will und auch nie einen Gegner mehr treffen würde. Ich will eigentlich meine ganzen Massenfähigkeiten vergleichen auch verhindern. Weil ich will die Gegner eigentlich alle in der Nähe behalten. Auch wenn ich jetzt gleich Schaden kassiere. Ähm, aber so mache ich dann gleich sehr hohen Flächenschaden eigentlich. Wenn alle relativ nah beieinander bleiben. Das ist das, was ich mir gleich erhoffe. Dass alle sehr nah beieinander stehen bleiben. Ich hätte raus springen können eigentlich noch. Scheiße. Scheiße. Es klingt jetzt nach einem sehr riskanten Plan. Okay, muss ich zugeben. Wenn es aber aufgeht, dann wird es richtig. Alter, hat er jetzt gerade mir 197 Schaden auf den Kopf gezimmert? Nein. Nein, du stehst doch falsch. Nein. Die stehen jetzt gerade alle mega beschissen, wenn wir ehrlich sind. So war es absolut nicht geplant. Scheiße. Ich hatte so einen schönen Plan. Und dann versauen sie es mir. Ah, Fick die Henne, Alter. So. Wenigstens soll ich jetzt gar nicht platt machen. Irgendwie. Wir daschen auf. ihn drauf. Springen über Yoshi. Auch ihn hier. Und stellen uns da eigentlich hier hin. Komm, Sprung. Jawohl. Perfekt. Ich würde, glaube ich, gleich gar teil. Und irgendwann gibt es zu dem ganzen Plan dann einen aus. Weil ich jedes Mal den Sprung vergesse? Oder Dash? Oder sonst irgendwas? Ey, das wäre gemein. Welcher Arm? Dann würde ich ja arm sein. Ne, wir machen erst Dash. Erst Dash auf ihn. Und dann kann ich ihn, glaube ich, ganz gut erledigen. Hallo? Yoshi? Da, danke. Yoshi. Stellen wir uns auch so weit es geht mal weg. Obwohl, der dürfte eigentlich sterben. Und jetzt lass krachen. der andere? Achso, der andere mit Dash. Ja, okay. Ich mach dir gleich so ein Schild über mir. Der dumme String. Alter, komm mal auf, hier mit deinem Sack mir auf den Kopf aufzuzimmern. Ich muss ja jetzt gleich dann nach dem nur noch ein erledigen, ne? Wenn ich es richtig sehe. Äh, Mario? Mario! 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 Ähm. So. Ich stelle mich jetzt mal hierhin gerade. So. Ähm. 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 Ich mir jetzt gerade überlegen, wie ich am besten... Ich erziele hier einfach einen Danger-Button, bei mir, der bei dir einen Dash-Arm-Lahm auslöst. Ach, scheiße, stimmt, die können ja durch die Röhre, ne? Aber, die gehen nicht Richtung Röhre. Die standen ja gerade hier. Die gehen hier den äußeren Weg. Die gehen nicht durch die Röhre, sonst wären sie schon vorher gebrochene. Gott sei Dank, die gehen nicht durch die Röhre, die nehmen den langen Weg. Warum auch immer. Ich glaube, ich schieße den an. Äh. Schieße es dann mit Peach an, aber vorher die Helden sich von Mario aktiv. Zumindest ich dashe vorher noch mit Mario, äh, mit Peach. Um sicher zu gehen, dass er stirbt. Ich glaube, ich brauche gar nicht dashen, ne? Ne. Ich brauche noch nicht, weil die Helden sich von Mario gerade dafür. Ich kriege ihn aber sowieso platt. Vielleicht nur, wenn sie hier schon waren eigentlich da, ich weiß nicht. Wieso? Und stellen uns dann mit Yoshi stellen wir uns mal hier hin. Wann ist eigentlich von drei Züge noch? Das dauert noch. Das dauert noch ein bisschen. So, ich würde jetzt sagen, wir stellen uns relativ nah an Reichweiten. Wir müssen jetzt nur noch ein Kind. Das ist erforderlich. Das würde ja schon reichen. Nur in dem direkten Weg, es sei denn in diesem Züge erreichen sie die Röhre. So. Dann stellen wir uns hier hin. Mario. 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 So. Mit Peach schießen. Machen wir lieber so. So. Ja, hätte ich auch von hinten flammen können, aber ich kann auch die Dreckwege jetzt gerade nehmen. Das geht auch. So, mit Mario hell. hell in Sicht. Zack. Und dann zum Schluss Mario oder Yoshi drauf schießen. Ich schieße mit Yoshi. Ich finde die eine Runde zu viel. Eine scheiß Runde. So, muss jetzt mal sein. Ich schaffe das Spiel ohne Spezialfähigkeit. Ja, ich weiß, Schill und so, sollte ich eigentlich auch öfters verwenden. Kraftpaket, ich weiß, ja, mehr Schaden machen. Naja. Ich gucke, ob ich in der Zwischenzeit noch jemanden bekommen habe. Ich weiß das gerade gar nicht. Was wir uns auf jeden Fall holen können, ist für da. Für ihn eine Bestärkere. Splinter Cell. Ach, so ist sogar auch. Sam Fish. Ich bin auch Sam Fisher. Nice. Finde ich geil. Splinter Cell. Finde ich cool. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also, Fischaden macht die gar nicht mehr, ne? Aber hat die einen Effekt von Stein. Ich weiß ja, Sam Fisher ist, ich würde mich am liebsten die nehmen. Stoßschaden. Ich nehme auch die mit. Stoßschaden ist auch immer gut. Ah, finde ich das nice. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde das mega nice. Ah, herrlich. Geil. Geil. Wirklich geil. Ja, gegen Gehilfen mehr Schaden. 30% mehr Schaden. Ist eigentlich auch nice. Ähm, aber dafür extra nochmal 1000. Ich weiß nicht, wie teuer die nächsten Waffen werden. Es kann sein, dass die nächsten Waffen super teuer werden, ne? Oh, neuer Hammer. 165, 175 plus 10 Schaden. Gegen Verteidiger. Wow. Nehmen wir mit. Lohnt aber nicht den Preis. Naja, aber hier 10 Schaden mehr und gegen Verteidiger und erhöhte Euronischance ist schon geil. Das Ding lohnt sich auf jeden Fall. Das Ding lohnt sich auf jeden Fall. Hier 10 Schaden mehr, Stoßschaden mehr. Schadensbereich wird als Einfett erhöht. Das wird auch ist auch sehr nice. Stoßschaden soll Hönig Schaden. Hönig Schaden ist natürlich auch geil, ne? Wir bleiben bei Peach mit Honig dabei. Der Honig finde ich immer ganz gut. Ups. Habe ich hier einfach nur Waffen übersehen? Ne. Habe ich keine Waffen übersehen? Den Preis, der lohnt sich ja. Auch Benjamin sagt ja, lohnt sich nicht. Ne. Hier habe ich keine weiteren Enten. Habe ich nicht. Habe ich keinen übersehen? Ja, ich weiß, dann ist er richtig groß, der Schadensbereich. Deswegen habe ich es auch geholt, weil der Schadensbereich so viel größer sein wird. Klingt erstmal wenig, ist aber viel, weil dann ist es nicht 3x3, sondern müsste dann 5x5 glaube ich sein, 5x5 fällt, ne? Ja, müsste eigentlich 5x5 sein, dann. Also, auch wenn es nicht viel klingt, ist es doch schon durchaus viel. Bewegungsradius wäre schon auch geil, wenn er höher sein würde, näher ranzukommen. Aber ich kann ja nicht alles haben, ne? Ich kann ja nicht alles haben. Wie viele Punkte haben wir hier? können wir mal ausgeben. 1954, eineinhalb Stunden mache ich noch. Radius, der Radius will auch nicht ganz verkehrt sein. So er weiter springen können finde ich durchaus sinnvoll. Ich sollte eigentlich mal draufspannen, dass ich eigentlich hier einen weiteren Schutzversuch hinzukriege. Das wäre eigentlich mega sinnvoll. Ich lasse mal kurz hier bei Mario zurück. Ich mache das mal kurz. Wir nehmen auf jeden Fall das Hinsicht. Das und dann das. Dann erhöhen wir auf jeden Fall das Leben. Was brauchen wir jetzt nicht? Dann gucken wir erst mal. Machen wir hier. Das machen wir als nächstes. Kraftpaket. Ja, setzt sich eh eigentlich zu selten ein. Das auf jeden Fall. Den Radius erhöhen, wo wir den Schaden Einkommensstampfsprung. So. Machen wir noch 43 übrig. Setzen wir auf... Auf was setzen wir das? Rasereischaden? Plus 20. Ja, Rasereischaden. So. So. Haben wir zwar nicht den Schaden von Händen sich weiter erhöht, haben aber die Cooldown verringert und die Händen sich das zweimal schießt. Das ist sehr nice. Sehr gut. Das hilft uns ungemein weiter. Aber ich glaube, ich spare jetzt erst mal weiter Punkte, weil... Ja. Oh. Regie. Ach, da ist mein Yoshi. Da. Ich wollte schon sagen, wo ist mein Yoshi. Da ist er. Rasereischaden ist auf Maximum schon. So. Oh. Hab ja auch Maximum schon. Ups. Ähm. Ja. Dann da... Jetzt sparen wir erst mal weiter. Erschaden kann dadurch bis zu einem Riff unter anderem werden. Ja. Das ist auch nicht ganz okay. So. Auf jeden Fall genug gemacht. Noch zu trinken können und weiter geht's. Davon geht's zu Welt 8. Ah. Rote Münzen. Oh. Wo sind die jetzt? Wir alles versteckt. Oh Gott. Da und da. Krieg ich hin? Krieg ich hin. Ganz locker flockig. Ganz locker. Easy peasy. Da. Ich muss gleich mit... Irgendwas war hier gerade zum angucken, weil ich mich nicht anguckt hab. Krieg ich das, will ich mitnehmen. Und wir haben... Eine neue Waffe für... Peach. Eine Ente. Nichts geht über die Sam-Fisher-Ente. Madame Vastrellas Handarbeit. Sie ist immer noch sauer, dass die Rabbids eine ihrer Lieblings-Restalkungen kaputt gemacht haben. Ist ja nicht meine. Nein, 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 nein Bis zum nächsten Mal.